Hallo, herzliches Grüß Gott hier im Kostanti-Hof und wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt. Was schon sehr exklusiv ist, das ist einfach der Bademantelgang zur Rotsalzerne. Unsere Gäste haben im Zimmer Bademantel, Badetäschchen, machen sich im Zimmer fertig und laufen unterirdisch durch den Bademantelgang in alle Einrichtungen der Rotsalzerne. Das Thermalheilwasser ist hervorragend für die Gelenke, für den gesamten Bewegungsapparat. Zum Stressabbau hat er sehr entspannende Wirkung. Wir haben eine Physiopraxis im ersten Untergeschoss mit Masseuren und Krankengymnasten. Die bringen müde Gelenke wieder in Schwung. Die machen von der Krankengymnastik bis zur klassischen Massage alles. Oder sie gehen hier vor Ort zum Kurarzt. Kurarztpraxis haben wir auch direkt im Hause. Die Verordnungen ausstellen können, direkt nebenan ist die Physiopraxis und dort werden sie dann behandelt. Wir haben ein sehr unterschiedliches Zimmerprogramm anzubieten. Wir haben einmal die Komfortzimmer im Erdgeschoss. Die sind Wohn- und Schlafraum in einem mit 26 Quadratmetern, Terrasse, alles mit dabei. Und dann haben wir im ersten Stock unsere Galeriezimmer. Die sind natürlich toll. Die sind sehr großzügig, sind Zimmer auf zwei Ebenen. Bad, WC, Wohnen und der Schlafteil separat. Ich bin sehr stolz. Ich habe wirklich eine gute Küchencrew, drei Köche und die sind top. Die sind Köche aus Leidenschaft. Die machen wirklich ihren Beruf sehr, sehr gerne. Das merkt man und spürt man und schmeckt man einfach, würde ich sagen. Unser Restaurant ist ja in zwei Bereiche aufgegliedert. Der ursprüngliche Teil etwas rustikaler noch und der Anbau ist jetzt sehr modern gestaltet. Licht durchflutet durch die große Fensterfront und natürlich mit schöner Terrasse zum Innenhof. Und da sitzt man so angenehm fernab von jeder Straße, von irgendwelchem Lärm. Das ist wirklich schön. Bei uns haben Sie sehr viele Möglichkeiten. Jetzt im Sommer zum Beispiel. Wir haben wunderschöne Wanderwege, wir haben Nordic Walking Strecken, wir haben gut ausgebaute Radwege, Golfplatz direkt vor Ort, wir haben Bogenschützen, wir haben Tennisplätze. Also den Freizeitaktivitäten sind keine Grenzen gesetzt. Das ist wirklich schön.